hisz Hallo, willkommen zum dritten Teil unserer Reihe Crusader auf 70 jetzt stehen wir direkt vorm Skeletken King und wollen uns mal überraschen lassen was das gibt Bereit? Jo, übelst auf die Fresse wahrscheinlich Aha Ich hab jetzt 500 Schaden Sollte reichen Schön Ich hab auch Tränke dabei Das ist ja nicht so meine Spezialität Ne, das stimmt Ich hoffe du hast deine Eisenhaut auf 100% Dornschaden Ups Ich hab gar keine Eisenhaut dabei Ich hab noch meine Pferdchen mit Obwohl die grad total sinnfrei sind Also mein Pferd Hast du ja jetzt noch Zeit? Nein, haben wir ja nicht Wir können gerne nur umskillen Egal Egal, dafür bin ich jetzt auf Fernkampf Ah doch, so minimale Lacks habe ich aber Sollten gleich vorbei sein Lassen wir uns überraschen Läuft gerade so mit 25 FPS Läuft gerade so mit 25 FPS Ups Ich weiß zwar nicht was ich ihm getan habe Aber egal Du bist da, reicht das nicht? Ja Ich bin irgendwie immer Fokus Ich bin irgendwie immer Fokus So Naja Hälfte haben wir schon fast geschafft So Jetzt erstmal wieder Wut Ach nee, Zorn heißt das ja jetzt Beim Kreuzritter Ich hoffe Ich hoffe Dass ich Mit der Zeit Ähm Den Dorn Crusader aufprobieren kann Willst du echt? Wenn ich das Equipment dafür kriege auf jeden Fall Dann Schöner an Dariels Und Legendary oder nicht? Ich hab so wenig Glück Wenn du Ich sag ich krieg keins Ich sterb vorher noch Unterfelder Nix Ups Aber wieder nur die Krone Vielleicht willst du sie ja haben Ne die nehme ich, du kriegst die alte Immer in Leoryx Wieso wusste ich das? Weil ich manchmal, ich glaube ich hab ne Glückswee gevögelt Weil ich manchmal, ich glaube ich hab ne Glückswee gevögelt Aber wenn du da langläufst Ich geh schon mal in ne Stadt Gucke mal Ich geh schon mal in ne Stadt Gucke mal Gucke mal Wir sind einfach ein bisschen schneller unterwegs So Jetzt erstmal wiederverwerten Aber ich werde es wieder als Todesmaske ums Transmoor Oho, bin ich cool Ich hab Beta Equipment Äh Collectors Equipment Weißt du warum? Weil das kann Ich bin nicht cool Gibt's denn schon ein schönes Kreuzritterschild? Ich hab gesagt ein schönes Geht doch Was könnte ich denn noch gebrauchen? Schulterschutz Habe ich noch nicht Habe ich noch nicht Habe ich noch nicht So 625 Handschuhe Handschuhe Unbedingt Schade Ach da geht noch mehr 2,1 mehr Schaden 3,1 Eindeutig Eindeutig die Besten Ich brauch Schutz Sonst habe ich noch Null Der Rest wird wiederverwertet Mittlerweile sieht man Kreuzritter auch wieder total lame aus Aber es gibt Schlimmeres Wo müssen wir denn hin? Kommt jetzt nicht der Code Tagebuch Eintrag bei Lea? Komm gut zu heil Mist, mein Sound ist zu leise Egal Was bringt eigentlich Tapfer Nach dem Gebot der Tapferkeit Ablaufstempo Ich hab's grad gesehen Ach man, warum bist du so schnell? Ach man, warum bist du so schnell? Da will ich raus Da wollte ich raus Da wollte ich raus Da wollte ich raus Ah, unsere alte Farmroute Ah, ich glaub auf T6 sind hier noch genug Monster Ich will endlich, dass die Hammer sich splitten Wenn Wenn sie Monster treffen Das kommt glaub ich erst auf 24 Ich trenne mich mal ein bisschen von dir Jujo Jujo Also das Reflect Damage geht jetzt schon super Also das Reflect Damage geht jetzt schon super Ich hab's Das ist mir zu doof Das ist mir zu doof Ja, wer auch Level Up Flammender Zorn für gesegnete Hammer nehme ich mit Ups Ups Ich fand jetzt nicht Magda Ah Da ist er Ja Irgendert Schwertstück zu Kayden Machen wir das doch mal Machen wir das doch mal Nichts Neues Doktor Descartes Schade Ich will die neuen Hammer Hammer Alles Ist echt so abnormal wie man auf Qual 1 levelt Auf die Tempel hab ich so keine Lust Vor allem nicht auf die in Apt 2 Nein Nice Endlich Schade Und eine neue Rune fürs Pferd Aha Ja Müsste ich voll zu grad rein machen Aber hab's vorher benutzt Ein Bandit Verbrennt die Hexe Ach der hat ja auch schon 60.000 Leben Ich glaub's ja nicht Ich hab's ja nicht Ähm Ich hab's ja nicht Aber jetzt weiß ich nicht Oh Ich hab's ja nicht mit Sockeln... also mit Sockel... GZ... Elbes Level noch, dann sind wir Level 20... Nice... So, ich bin mal eben schnell in der City, ich muss da mal eben einen Stein reinkloppen... So, sonst... Meine Güte, warum nicht mitnehmen... Ich hab gar keinen Imperialen... Dann nimmst du den Markisen... Muss ich wohl... Oh, so schlimm... Wer ist es... So... Noch irgendwas besser, ne... Vielleicht krieg ich ja auf Leoik schon einen Sockel... Natürlich nicht... Komm, ich verkauf jetzt mal wieder was... Was machst du denn? Ach, besorg schon das Fanal. Wollen wir jeder eine machen oder zusammen? Das ist egal. Gut, dann geh ich hoch. Oh, Elite-Pack. Gut, soviel dazu. Hol dir auch erstmal einen Reflection-Pool. Ja, und dann sterbe ich. Ach, hier doch nicht. Du hast gute Reden mit deinem Superschaden. Ich hab jetzt 750. Ich hab 192. Bitte? Soviel ist doch jetzt bei uns auch nicht anders vom Equip. Ich hab grad mal 397 Stärke. Gut, ich 632. Erstellst du hier noch immer schön Equipment? Oh, ein Elite-Pack. Bin ich Wunder. Muss ich gleich erstmal gucken, was für eine... Elite-Fähigkeit ich benutze... Äh, passive Fähigkeit ich auf dem zweiten Platz benutze. Da wird die Angriffsgeschwindigkeit... ... 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 Ich habe so das Gefühl, dass hier ein Legendary fallen wird Für wen weiß ich noch nicht Das wurde mir noch nicht gesagt Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können Warum hat er mir auch gefasst, das Fanal der Erde zu bewachen? Diese schnürfenden Ungeheuer schlaften dort oben meine Leute ab Ich kann nichts tun und es zu verhindern Deine Waffe sieht aber toll aus Das bringt einfach nichts Dann finden wir hier jetzt aber eine Hier habe ich das letzte Mal auch eine gefunden Mit meinem Monk Ach der ist schon so nervig Jetzt wird Spaß Da ist er down, ist er Voll erwischt Und du gleich hinterher Nicht ganz so schnell Ich lege wenigstens noch einen Den habe ich gelegt, du Rund Dann leg doch mal die anderen Sonst macht Lea das So ist leer Sonnerschock Oh, klappt ja sogar Hat er einen Legendary gefunden? Ich glaube es ja nicht Mit Sockel Bam Nice Jetzt will ich hier aber ein Damage Plus von über 20 sehen Wir wollen dich ja nicht zu sehr fordern Aber ich weiß, dass ich Jetzt sehr lange auf diesen 820 stecken Bleiben werde Oh, oh, oh Oder auch nicht Ich hatte da gerade irgendwas mit Sockel gesehen War aber nur am Helm Niesig nicht Oh, der neue Fliegel ist süß Oh, ne neue Waffe Ja, ich glaube auch Wir können hier beenden Meinst du jetzt schon? Meinst du echt? Jo Wenn du beenden willst Weißt du, wie es geht Ich kann bei dir leider nicht auf den Knopf drücken Du kannst aber sagen, dass die ganzen Ah, Punkt, 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 Punkt Sich ver Punkt, Punkt, Punkt Sollen Ja, das war auch schon unser Dritter Teil Unserer Crusader-Reihe Der nächste Teil wird bis Kurz vor Asmodan Ich hatte gedacht, Malta, ja War es ja vielleicht schon ein bisschen hart Nein, erstmal Arana Erstmal die Spinnenkönigin töten Yay Oh, hey Party Oh Nebenbei habe ich mir gerade noch einen Brustschutz mit zwei Sockern gecraftet Gut, dann würde ich sagen, Horidon bis denne, Leute Das war auch schon Was? Das war auch schon Untertitelung des ZDF, 2020